Bevor wir anfangen, sollte Tante Bethany, weil es ihr 80. das Weihnachtsfest ist, das Tischgebet für uns alle sprechen. Was soll ich? Beten. Was beten? Wir haben unsere Rente. Sie wollen, dass du das Tischgebet aufsagst. Das Gebet. Ich bin klein, mein Herz ist frein, soll niemand drin wohnen als ich allein. Und auch Rambambuli, unser kleiner Wellensittich. Es soll auch drin wohnen Abraham Lincoln, der die Neger befreit hat und die vielen, vielen kleinen Chinesen. Amen. Guten Abend. Amen. Amen. Amen.